Hallo Finzki im Advent am 9. Dezember. Hoi zusammen, schauen wir gleich im Adventskalender. Heute ist der 9. Dezember. Es zählt. Es zählt mit einem halben Mohn obendrauf, ganz klein. Und der Mannsgöckel vorne dran. Das ist, glaube ich, eine Frau vorne dran. Ja, und es zählt. Tja, ich habe gedacht, ein Weihnachtslied wäre jetzt noch bademt. Dann kommst du das vielleicht üben bis am Heiligen Abend. Der Josef und Maria gehen auf Bethlehem. Der Weg ist lang und unbequem. Eja, diri dummdei, sie sind müde gewesen vor der Reise. Da sind sie in den dunklen Wald gekommen. Dort singt ein Vogel und ist froh. Eja, diri dummdei, ein klei Musik für auf die Reise. Da sind sie zu einer Quelle gekommen. Eja, diri dummdei, ein klei Musik für auf die Reise. Da sind sie zu einer Öpfelbaum gekommen. Der gibt ihnen seine Öpfel und ist froh. Eja, diri dummdei, etwas zu essen für auf die Reise. Da sind sie bis auf Bethlehem gekommen. Dort scheint ihnen ein Sternchen und sagt so. Heute kommt das Christkind auf die Welt. Darum sind wir alle froh. Schön. Ja, vielleicht könntest du jetzt ja noch ein paar Strophen erfinden, nicht wahr? Was könnte man nicht da noch erfinden? Hm, vielleicht eine Strophe mit einem Schaf zum Beispiel. Die hat doch gar noch gefällt. Also, schönen Abend und bis morgen. Tschüss.